Moin Leute! Ja, es ist endlich wieder soweit. Minus Poles neuer Vlog wird rauskommen. Und was die Jungs diesmal erlebt haben, das werdet ihr gleich erfahren. Und ja, dann würde ich sagen, schauen wir noch mal gemeinsam hinter die Kulissen von Minus Pol. Aber vorher ist natürlich so wie immer... V-V-V-V-V Vlog! Einen wunderschönen guten Morgen! Wir sind heute beim KWP Outmail in Gottingen! Wir fahren gerade vor die Bühne und das ist eine sehr, sehr schöne Bühne! Und wir haben alle richtig Bock und jetzt haben wir wie die letzten Vollidioten geparkt an dieser Szehen. und alle dieser Szenen... Es tut mir leid! Wir halten jetzt erstmal hier! Der Westen, das ist total belastend! 자� dunse- das ist total schön hier wir sind alle sehr begeistert hier sind jetzt die toilette da unten ist die bühne die gucken uns auch gleich an die sehr schön wir hatten jetzt auf chris und joshie und otze und red hat und das klingt gut für science bereit dies ist eine schöne bühne mit dieser bühne werden wir nachher spielen inge labert mir dazwischen ich bin hier beim soundcheck jetzt kommt der joshie und sagt wir sehen scheiße aus so dass heute auch ein ganz erfolgreicher geht heute das hat einfach sehr sehr viel spaß gemacht marco wie ist dein statement ist gut marco wieder äußerst wort gewandt hier heute wir stehen jetzt hier im merch zelt cooler kick heute cool location ich gehe nochmal rum ich filme ein bisschen das mache ich eigentlich jetzt ich filme mal ein bisschen ich nehme euch jetzt mal mit und zeige euch das gelände da gibt es essen das war die kleine gelände führung ich hoffe ihr habt genauso viel spaß wie ich und schaltet auch beim nächsten mal wieder ein das heißt das hat jetzt bringt jetzt bringt jetzt bringt ich habe die ganze zeit gesagt das nicht nach einem erfolgreichen gegner sind wir haben es ist jetzt gerade 23 59 eine minute vor julians geburtstag oh gott wir hören gleich die glocken dann müssen die atomrohr an so meine freunde der guten unterhaltungsmusik es ist keine ahnung 1 42 oder so 1 45 krass geraten ja wir kommen gerade von mcdonalds löwe und das war sehr lecker und ja es war okay und jetzt fahren wir nach hause und dann gehen wir schlafen weil morgen morgen geht das weiter aber wir sind auch alle jetzt sehr müde danke für eure aufmerksamkeit auf wiedersehen so oder schönen morgen es geht wieder los ja wir sind heute in bad harzburg auf dem salz und lichter fest wir haben richtig bock wir haben bock weil wir spielen heute im dunkeln das haben wir noch nie gemacht dieses jahr glaube ich oder haben wir dieses jahr schon mal im dunkeln gespielt draußen ne das haben wir noch nie gemacht auch letztes jahr glaube ich nicht ne siehst du das erste mal wir holen jetzt wasser billes wasser fasziniert mich ich weiß nicht mal was auf der gopro aussieht ich habe keine ahnung was wir jetzt machen und hat mich gerade von der bühne geholt und ich habe keinen plan wohin wird es gehen was wir tun ich habe angst johan hat immer komische ideen kann man nicht weil ich kann nicht versprechen dass das was wird ok das riecht verkackt ich dachte ich dachte das geht aber dann kostet das 60 euro ja für ein wochenende aber ich wollte ja dann nur kurz also folgt mir so schaumstoff kugeln mieten wo wir joshy und ich einmal so frontal aufeinander drauflaufen aber geht nicht sagen da ja die bälle zu teuer waren haben marco und ich jetzt eine andere idee ok bist du bereit ah mein arsch hallo ich dokumentiere jetzt hier das ganze was hier passiert hab mir neulich auf die lippe gebissen und das tut jetzt echt derbe weh also johan und finja hat umgezogen johan kann eine schleife das sieht man ist ganz gut wir sind mal gespannt wie es wird jetzt regnet es gerade leider wieder das ist ein bisschen doof weil eigentlich sollte das nicht passieren aber wir hoffen einfach auf das beste der wetterbericht der sagt mir das wetter nicht wo mache ich das aus so Musik 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 so um das ganze jetzt auch mal zu starten und zweiter gang ja wir sind jetzt seit drei stunden 31 unterwegs auf dem weg nach simmertal ja wir sind jetzt im stau geraten das ein bisschen blöd aber wir kommen trotzdem bestimmt so recht halbwegs pünktlich ein wir sind ja früh losgefahren wir sind gespannt auf mühlenrock ja und soweit sind wir eigentlich noch nie auf dem weg gefahren glaube ich aber das wird cool bisher ging es von der fahrt her ja moin nach viereinhalb stunden fahrze wir da im simmertal sind diese bei mühlenrock ich sag mal so das ist geil hier das filmt nicht erst filmt joshis da muss man erst mal festhalten dieser junge mann ist trotz einer weißheitszahn op fünf stunden hierher gefahren ok ihr habt wahrscheinlich nicht ganz so lange gebraucht weil kein stau war auf schlugel hast du aber sowas von stau ja fünf stunden hierher gebraucht aber wir schaffen das kommen wir machen eine bühnenführung also da ist das schlagzeug warte setz dich mal kurz hin nice oder was sagst du bist du zufrieden edel immer was aufbauen soll ich dir mal was zeigen und jetzt kommen wir her ich muss dir was zeigen also wie gesagt die bühne ist ziemlich groß es gibt da vorne so ganz ein steg wird geil kriss mal was cooles da vorne macht das noch mal die vorbereitung die man mit inge mal treffen muss her styling bei inge letzten worte bevor es los geht ja ich hab auch richtig bock du hast da schokolade oder ketchup oder sowas chris werkelt da hinten schon ich fühle mich so wie so ein richtiger profi wenn da jemand für dich so am schlagzeug rum werkelt oder nice ja wir haben auf jeden fall bock und das wird gut das war mühlenrock im simmertal 2018 ja wir hatten sehr viel spaß freuen uns hier zu sein freuen uns hier gewesen sein zu dürfen da ist ein kinderquart das ist noch mal die bühne ziemlich groß das hat sehr viel spaß gemacht ja jetzt geht es nach hause vielleicht nur vier stunden nur wegen dir müssen wir wieder anhalten so pinkelpause ja also wir gehen jetzt urin abgeben und haben noch ein bisschen fahrt vor uns finja fährt extrem gut und nur wegen ihr müssen wir jetzt anhalten ja finja hat einen unfall mit einem asozialen lkw verhindert hat sie gut gemacht ein wunderschönen dazwischen labern ich arbeite hier ein wunderschönen guten morgen nachmittag ich weiß nicht wie spät es ist wir sind jetzt 16 uhr irgendwas es ist immerhin so spät dass wir keine parkscheine keinen parkschein mehr bezahlen wir sind jetzt in helmstädt und suchen jetzt die leute das wird gut wir haben spaß wir sind motiviert und gut drauf ja prost wir befinden uns nur wenige minuten vor dem auftritt joshka hampe wie fühlen sie sich wir schwenken weiter zu marco marco wenige minuten vor dem auftritt wie fühlen sie sich jetzt wie fühlst du dich jetzt wenige minuten vor dem auftritt also ich bin ein bisschen aufgeregt und ich sehe dass es ein zwei minuten video schon aus wenn ganz viel spaß haben beim nachbearbeiten und die faust in die kamera und das ist ein paar das ist einfach ich bin nicht das gut event wie das was jetzt klingt OHH geil gh das ist eine große sache eine große sache das ist eine große sache das ist eine große sache Musik 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 Rattage Fazit Ich versuch's nochmal, wie fandest du's? Geh mir auf den Sack Musik 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 Yo, der Vlog ist vorbei und für alle die bis jetzt drangeblieben sind, haben wir eine kleine Überraschung vorbereitet. Wir haben ein Lied für euch geschrieben. Ich hab mich vergriffen, nochmal. Musik 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 Das war unser Vlog Ich weiß, wir haben gewonnen Lass ein Abo da Das wäre wunderbar Schalt mal wieder ein Musik Tschüss Musik 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 Vielen Dank.